Sie hören, Der Orden der Allerburg Von Greg Walters Es liest Robert Frank Blutsbrüder Likes Oberarmmuskeln schwollen bemerkenswert an, als er die Feldhacke in den schweren Boden trieb. Das große metallene Blatt drang tief in die dunkle Erde ein. An den etwa zwanzig parallel verlaufenden Schneisen, die links neben ihm zu sehen waren, konnte man erkennen, was er im Laufe des Tages schon geschafft hatte. Likes war froh, dass es endlich einmal nicht so regnerisch war und er diese kräftezehrende Arbeit halbwegs trocken zu Ende bringen konnte. Was er hier anbaute, würde Draena und ihn im nächsten Winter ernähren müssen. Lebensmittel waren knapp. Rasuklan war schwer vom Krieg gegen die Vonynen, die Likes Familie auf den Kontinent gebracht hatte, verwüstet worden. Besonders die Menschenreiche hatten gelitten. Viele Felder lagen brach, weil ihre Besitzer in den Kämpfen gefallen oder in einen anderen Teil des Kontinents geflohen waren. Likes hielt kurz inne und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er hob den ledernen Schlauch vom Boden auf und trank gierig. Nachdem sein Durst gestillt war, wischte er sich Wasser aus dem dichten, rotblonden Vollbad und betrachtete sein Werk. Dabei ging sein Blick weiter und Likes schaute den sanften Hügel, auf dem er das Feld anlegte, hinunter zu dem gemütlichen, kleinen Fachwerkhaus, aus dessen Schornstein sich heller Rauch in den wolkenverhangenen Frühlingshimmel kräuselte. Drenas hohe Stimme schwebte aus dem geöffneten Küchenfenster zu ihm herauf. Sie sang immer beim Kochen. Das Essen geriet ihr oft etwas merkwürdig. Dass es verbrannte oder versalzen war, gehörte noch zu den harmloseren von Drenas Kochunfällen. Likes liebte sie nur noch mehr dafür, dass sie sich trotzdem um ihre Mahlzeiten kümmerte. Für Drenas war es nicht wichtig, perfekt zu sein. Die Suche nach Drenas Eltern hatte den beiden viel Kraft abverlangt, körperlich wie emotional. Es war furchtbar gewesen, sich auf der Suche nach Spuren durch die verkohlten Trümmer von Drenas Heimatstadt Thorenheim zu bühlen. Niemand wusste etwas über den Verbleib von Likes Schwiegereltern, die er nie kennengelernt hatte. Erst nach langer Zeit hatte Drenas akzeptiert, dass sie dem Feuersturm der Vonynen zum Opfer gefallen waren, so wie zehntausende andere Menschen in der Stadt. Drenas hatte es nie ausgesprochen. Doch Likes wusste, dass sie manchmal damit haderte, mit dem Mann zusammen zu sein, dessen Familie für den Tod ihrer eigenen verantwortlich war. In Thorenheim hatten die untoten Bestien am längsten gewütet. Die Stadt war ihr Rückzugsort gewesen, und es hatte nach dem Sieg von Fallen noch Wochen gedauert, bis die letzten von ihnen durch den Orden der Ahlerburg aus dem Ort vertrieben worden waren. Nach ihrer Suche in Thorenheim hielt Drenas und Likes dort nichts mehr. Likes konnte jedoch nicht zurück in seine Heimat Seefall, und auch die Ahlerburg konnte der ehemalige Farbseher nicht mehr betreten. Drenas wollte ohne ihn nicht auf die Universität für magisch Begabte, aber in ihrer früheren Heimatstadt mochte sie auch nicht mehr bleiben. Letztlich hatte ihnen der Zufall geholfen. Ein alter Bekannter von Drenas Eltern hatte sie angesprochen und ihnen sein Gehöft weit draußen vor der Stadt angeboten. Er wollte dafür nichts haben, sondern wünschte sich nur, dass es nicht verkam und bewirtschaftet wurde. Seine drei Söhne, die als Soldaten des Herzogs von Thorenheim gedient hatten, hatte der alte Mann im Krieg verloren. Es gab also niemanden mehr, dem er Haus und Land hätte vererben können. Laik und Drenas hatten schnell Ja gesagt und waren nun bereits im vierten Jahr hier. Der erste Winter war hart gewesen. Die wenigen Vorräte, die sie bei sich hatten, hatten gerade so ausgereicht. Dennoch war es ihnen gelungen, sich hier in der Einsamkeit der Wälder am Fuße des Arellgebirges durchzuschlagen. Mittlerweile war ihre Vorratskammer gut gefüllt und sie konnten sogar einiges auf dem nahegelegenen Dorfmarkt von Bernrode verkaufen, was sie in guten Zeiten übrig hatten. Laik hatte die Jagd wieder für sich entdeckt und so hatten sie sogar manchmal frisches Wild auf dem Tisch. Leider waren auch die Bestände der Tiere durch die todbringenden Vonynen stark dezimiert worden, sodass Laik trotz der guten Ausbildung bei seinem Ziehvater, dem Jäger Gerald, nicht immer das Weidmannsheilhold war. Alles in allem waren die letzten fünf Jahre eine schöne Zeit gewesen. Endlich waren Laik und Rena nur für sich. Und egal wie sehr ihre Mägen auch knurrten, im Bett war es immer wunderbar warm gewesen. Laik musste bei dem Gedanken daran wohlig grinsen. Zwar hatte es für Laik und Rena nie eine offizielle Zeremonie gegeben, aber sie sahen einander als Eheleute an. Sie verbannt ohnehin viel mehr als die schwülstigen Worte irgendeines Kajalpriesters. Laik spuckte in die Hände, um weiterzuhacken. Noch acht Bahnen, dann würde er den geheimnisvollen Samen, den Gerald ihm mitgegeben hatte, endlich ausbringen. Der Beutel hatte ihn auf ihrer gesamten Reise begleitet und etliche Jahre ganz hinten in der Vorratskammer gelagert. Laik hatte das Saatgut aus sentimentalen Gründen nicht ausgesät, doch nun war er endlich soweit, es zu probieren. Laik wusste nicht, ob das enthaltene Getreide magisch war und besonders viel Ertrag brachte oder schneller wuchs. Es sah zumindest aus wie normaler Weizen. Vielleicht muss ich es mit der kleinen Schaufel einbringen, um den Zauber zu entfalten. Laik wurde warm ums Herz, als er an seinen Ziehvater und seine Abschiedsgeschenke dachte. In Momenten wie diesem vermisste er seine magischen Fähigkeiten, vor allem, weil er deswegen nicht mehr mit seinen Freunden zusammen sein konnte. Auch das Feld hätte er durch Zaubereien kurze Zeit für die Aussaat bereit machen können, was ihm im Moment auch sehr zu Pass gekommen wäre. Es gab nur selten Augenblicke, in denen er so dachte, aber es gab sie. Seine Gedanken schweiften ab zu seinen drei so unterschiedlichen Freunden. Der Zwerg Mauler, Felix, der Zwergelbe und natürlich Uliya, der einzige Org auf Rasuklan, der zaubern konnte. Sie hatten sein Leben an der Alarburg bereichert, nicht die Magie. Seitdem Laik die Universität verlassen hatte, hatte er wenig von den dreien gehört. Felix war der Einzige, der ihm regelmäßig Briefe sandte und sein Leben als Magister der Alarburg ausführlich beschrieb. Mauler hatte nur einmal eine vor Fehlern strotzende Nachricht geschickt, die sich hauptsächlich darum drehte, ob Laik wisse, wo er seinen Lieblingshumpen in ihrem ehemaligen Zimmer im Weißen Haus gelassen hatte oder ob er ihn sich gar ausgeborgt habe. Laik musste lächeln, als er daran dachte. Derartige Belanglosigkeiten waren besser als all die Hiobsbotschaften, die sein und das Leben seiner Freunde so viele Jahre geprägt hatten. Einzig von Uliya hatte er seit der großen Schlacht von Fallen nichts mehr gehört. Der Häuptling der Häuptlinge der Orgs war wahrscheinlich zu sehr damit beschäftigt, sein starkes Volk zu führen. Laik konnte es zugeben. Er vermisste sie. Es war immer klar gewesen, dass sich nach ihrem Abschluss ihre Wege trennen würden, nur hatte niemand damit gerechnet, dass es so abrupt passieren würde. Laik spuckte aus. Es war trotzdem die richtige Entscheidung, nicht zu bleiben, sagte er zu sich selbst. Er hätte die Arlerburg ohne Zauberkräfte ohnehin nicht mehr betreten können. Laik würde sich für ihn niemals mehr öffnen. Er würde nie wieder die Samusen kichern hören. Laik holte tief Luft und pustete sie laut vernehmbar aus. Schluss mit diesem melancholischen Unsinn, schimpfte er mit sich selbst und machte sich wieder an die Arbeit. Es galt nun, sein neues Leben weiter zu gestalten und nicht dem alten nachzutrauern. Die dunkle Krallenpranke drückte vorsichtig ein paar Äste zur Seite, um den Menschenmann besser sehen zu können, der gerade wieder mit dem Hacken begann. Er war so unaufmerksam, als wäre er der Wolf und nicht das Schaf. Umso besser, dachte die große schwarz gekleidete Gestalt und erhob sich. Vorsichtig näherte sie sich dem Unbewaffneten weiter. Für seine Größe schlicht der Fremde erstaunlich leise und war schnell an dem Teil des Waldrands angelangt, an den das neue Feld fast unmittelbar angrenzte. Die Rodung war alt und voller Nadeln. Der Mensch würde nicht viel ernten, wenn er die Erde auch noch so tief aufbrach. Der Dunkle gab ein Zischen von sich und wollte gerade aus dem Unterholz auf den Mann zustürmen, da kam eine dunkelhaarige Frau aus dem Haus. »Like, ich brauche noch ein paar Kräuter, kannst du mir welche bringen?«, rief sie. »Bekomme ich einen Kuss dafür?«, fragte der Angesprochene mit einem frechen Grinsen. Die schöne schlanke Frau mit den feinen Gesichtszügen lachte hell auf. »Natürlich, aber nur, wenn du sie mir bringst, bevor mein Wildschwein anbrennt.« Der schwarze Hühne beobachtete, wie der Mensch zum Waldrand lief und irgendetwas vom Boden pflückte. Freudig rannte er anschließend in Richtung des einfachen Hauses und drehte ihm ungeschützt den Rücken zu. »Jetzt!« Die dunkle Gestalt brach brüllend aus dem Unterholz und rannte mit langen Schritten hinter Like her. Draena schrie panisch. Ihre Augen begannen rot zu glühen und ihre Hände umspielten gefährlich aussehende Flammen. Like brauchte einen Moment, bis er begriff, warum seine Frau sich so urplötzlich veränderte. Er sah über die Schulter und erblickte seinen Verfolger. »Nein, Draena!« schrie er. Es war zu spät. Zwei dünne, rote Blitze schossen aus ihren Handinnenflächen und rasten auf den Riesen zu. Wirkungslos schlugen sie auf dem breiten Brustkorb des Orks auf. Der lachte laut und hob Like freudig in die Luft. »Das war Pech, Draena! Einen Ork kann nur eine Aufrasuklan mit Magie attackieren!« »Konte, meinst du wohl?« sagte Like und lachte ebenfalls. »Lässt du mich bitte wieder runter, Uliya?« »Es tut mir wirklich leid, Uliya,« versicherte Draena dem Ork zum gefühlt hundertsten Mal und stellte dampfenden Kräutertee auf den einfachen, aber stabilen Tisch. Like's großer Freund hob diesen mit seinen breiten Oberschenkeln leicht an, sodass die Krüge bedrohlich wankten. Das kleine Haus war nicht für riesenhafte Orks konzipiert. Es sah ein bisschen so aus, als würde Uliya an einem Kindertisch sitzen. Like wusste, dass Draena sich ärgerte, weil ihr Temperament mit ihr durchgegangen war. Sie zauberte schon lange nicht mehr. Die unnatürlichen Kräfte, die Like's Tante Kaohime auf sie übertragen hatte, als sie Draena gefangen hielt, waren nicht mit den Fähigkeiten eines normalen Begabten zu vergleichen. Anfangs hatte Draena immer mal probiert zu zaubern, um ihnen den schweren Alltag zu erleichtern. Like hatte sich mit wenig Erfolg als ihr Magister versucht. Das Resultat war verheerend gewesen. In den weniger schlimmen Fällen hatte sie nur etwas Mobiliar oder Geschirr vernichtet, in den wirklich bedrohlichen Bäume entwurzelt, Feuer gelegt und einmal sogar eine Kuh getötet. Ohne richtige Ausbildung war Draena eine Gefahr für sich und andere. Selbst wenn sie eines Tages an der Ahlerburg studieren würde, gab es keine Garantie, dass die böse Magie in ihr es nicht doch schaffte, sie zu übermannen, so dass sie anderen ein Leid zufügen würde. Deshalb hatte Draena beschlossen, ihr Leben ohne Zauberei zu führen. Uliya schlug sich belustigt auf den muskulösen Oberkörper. »Keine Sorge, meine liebe Draena, der Mensch, der mir wehtun kann, ist noch nicht geboren, von deinem Like hier mal abgesehen.« »Warum bist du eigentlich so hinterrücks aus dem Wald gekommen und hast nicht einfach an die Tür geklopft? Hat dich jemand verfolgt?« Der Ork drehte seinen großen Schädel abrupt zu Like herum. Eines seiner Hörner streifte dabei die niedrige Holzdecke und hinterließ eine Schramme. »Nein, warum sollte mich jemand verfolgen?« Like hatte fast vergessen, wie Orks waren. »Ja, aber wieso hast du mich nicht einfach gerufen?« »Ich wollte dich erschrecken,« erklärte Uliya, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Like fing an zu lachen. Was hatte er den kruden Humor seines Freundes vermisst? Sie fielen sich in die Arme und schütteten sich schier aus vor Lachen. Draena zog nur skeptisch die linke Augenbraue hoch. Sie konnte mit dem Humor der alten Freunde nicht viel anfangen. Uliya schob Like vorsichtig an den Schultern zurück. »Siehst du, es war doch komisch!« Eine weitere Lachsalve übermannte sie. »Du hast als Gündakin wohl sonst nicht viele, denen du Streiche spielen kannst, was? Anders ist es nicht zu erklären, dass du auf so blöde Ideen kommst.« Uliyas Gesicht verfinsterte sich bei diesen Worten, auch wenn das bei einem Ork mit Reißzähnen und Törnern eigentlich fast unmöglich war. Like bemerkte es trotzdem. »Nein, wirklich lustig ist es nicht.« Uliya schaute bedrückt durch Like hindurch, als wäre er in diesem Moment an einem ganz anderen Ort. Der bemerkte es und tätschelte ihm den muskulösen Unterarm, der von zahlreichen Narbenwülsten überzogen war. »Keiner von uns wollte ein Held sein, aber manchmal müssen wir uns unserem Schicksal stellen.« Der Ork nickte und schwieg einen Moment. »Ihr hingegen habt es gut getroffen. Ein bisschen eng vielleicht, aber gemütlich.« Wechselte er das Thema. »Ist das ein Haus, das ehemals Zwerge bewohnt haben?« fragte er interessiert. Like und Draena grinsten sich an. »Ich nehme an, du bleibst zum Essen, oder? Ich werde dann mal noch ein bisschen mehr Wildschwein machen. Du hast Glück, Like hat gerade gestern eins erlegt.« Draena zog sich an den Herd zurück und ließ die alten Freunde allein. »Du bist doch sicher nicht wegen Drenas Kochkünsten hier, oder, mein Bruder?« fragte Like ernst. »Nein, nein, leider nicht. Rätst du das Wildschwein etwa?« fragte er ehrlich überrascht, als ein scharfes Zischen von der Feuerstelle kam. »Menschliche Mägen vertragen immer noch nicht so besonders gut rohes Fleisch, aber du weichst meiner Frage aus.« »Du konntest mich schon immer wie ein offenes Buch lesen?« Uliya klopfte ihm so kräftig auf den Rücken, dass Like fast vom Stuhl gefallen wäre. »Ich komme im offiziellen Auftrag des Ordens. Rasuklan braucht den Farbseher wieder einmal.« Like stöhnte. Uliya grinste. Also, es war mehr von den Reißzähnen zu sehen als sonst. »Nicht so, wie du vielleicht glaubst. Es gibt eine große Feier, und man will uns Vieren einen Orden verleihen oder sowas. Auf jeden Fall bringe ich dir eine offizielle Einladung.« Er holte einen knittrigen Briefumschlag unter seinem Wams hervor. Ehrfürchtig betrachtete Like das rote Wachssiegel. Die Taube mit der Schlange in den Krallen. »Pax und Amicitia« stand darunter. »Frieden und Freundschaft«, das Motto der Universität. Vorsichtig brach er es. Einen kurzen Moment hoffte er darauf, den silbernen Wirbel und das Klingeln wahrzunehmen, aber natürlich geschah nichts dergleichen. Er war kein Zauberer mehr. An Draena und Like McDermott. Like grinste, und ein warmes, vertrautes Gefühl kam in ihm auf. Er erinnerte sich in diesem Moment ganz genau daran, wie es gewesen war, als er den ersten Brief der Direktorin der Ahlerburg geöffnet hatte. »Der Orden der Ahlerburg und die Universität für Frieden und Freundschaft laden sie recht herzlich zur Verleihung des Freundschaftsordens ersten Grades ein. Über ihr Kommen würden sich der Grand Commander des Ordens und die aktuelle Direktorin der Ahlerburg sehr erfreut zeigen. Like stutzte ein wenig wegen der unpersönlichen Worte, dann las er weiter. »Wehe, ihr kommt nicht. Wir haben noch ein Hochzeitsgeschenk für euch. Tijal und Geralt.« Like blickte Uliya grinsend an. »Sie lassen euch keine Wahl, stimmt's?« »Sieht ganz so aus.« »Traena, hast du Lust auf einen kleinen Ausflug?« Über den Panra Uliya schaute betroffen auf das kleine Holzkreuz unter der moosbewachsenen, windschiefen Eiche. Tau glitzerte im Licht der Morgensonne. »Ein schöner Platz. Ich glaube, es hätte ihm gefallen. Vor allem, wenn im Winter der Schnee liegt. Er war ein tapferer kleiner Kerl. Ohne ihn hätten wir es aus so mancher brenzligen Situation nicht herausgeschafft. Wie ist Aska gestorben?« Like räusperte sich, um seine Stimme zu festigen. Der Verlust des Schneefuchses, der ihn, im Auftrag seiner Mutter, treu begleitet und beschützt hatte, schmerzte immer noch und hinterließ eine überraschend große Lücke in Likes an Verlusten nicht gerade armem Leben. Er ist friedlich vor dem Kamin eingeschlafen. In der letzten Zeit mochte Aska die Kälte nicht mehr so sehr. Nachdem meine Mutter dahingeschieden war, Mike, ich bin daisen, ich bin dauerin. Vielen Dank.